Musik Jo Leute, was geht ab? Herzlich willkommen zum Clip-Duel Nummer 3. Ich muss hier wieder ganz schnell reden, weil es ist das schnellste Ace auf der ganzen Welt, soweit ich weiß. Und er holt ein 2 und 6 Leute in Suchen zerstören. Ich hab von 6 Sekunden hier nochmal aus einer Perspektive. Die Gegner waren natürlich richtig, richtig dumm, aber so viel Glück muss man erstmal haben. Auf jeden Fall geiler Clip, hab ich auch noch nie gesehen. Und der zweite geht genauso schnell, er zieht auf die Tür, holt 1, 2, 3, 4, 5, keine Ahnung wie viele Leute, 5, 6 Leute, schreibt es in die Kommentare. Die beiden sind unten verlinkt, liked für den ersten, disliked für den zweiten und vergesst natürlich nicht, falls ihr außer die Clips habt, die einzuschicken. Also haut da rein, ich hoffe es hat euch gefallen.